Bolner Fähre Janina Jusifjan heiratet, so romantisch war der Antrag Hamburg, Schweden, Reality-TV-Star Janina Jusifjan, 41, tritt vor den Traualtar Nach drei Jahren hat das Teppichluder von ihrem schwedischen Hotelier Andreas S. den Antrag bekommen Dass die beiden ein Paar seien, war bislang nicht mal wirklich bekannt Nun die überraschende Verlobung und schon im Juni soll es soweit sein, das Paar will sich noch in diesem Jahr vermahlen Das berichtete die Bild am Montag Erst vor kurzem war der Schwede deshalb vor der Ex-Dschungelkamp-Kandidatin ganz romantisch auf die Knie gegangen Er hat mir den Antrag ganz romantisch bei einer Gondelfahrt in Venedig gemacht, erklärte sie und scherzte im Anschluss Mir blieb nur die Wahl, ins Wasser zu springen Aber das war mir zu dreckig, also habe ich mich für den Ring entschieden Natürlich ist das nicht ernst gemeint, schließlich sei die 41-Jährige mit dem Hotelier überglücklich Andreas liest mir jeden Wunsch von den Augen ab Ich liebe sein Lachen, seine offene Art und dass er immer Spaß haben möchte Jeder Tag mit ihm ist ein Feiertag Eine Hochzeit reicht Teppichluder Janina Jusifjan nicht Die einstige Affäre von Dieter Bohlen, 70, hat außerdem Großes vor Eine Hochzeitsfeier reicht laut ihren Angaben nicht, um die Liebegebühren zu feiern Gleich mehrere müssen her, wir wollen dreimal heiraten Offiziell in Spanien, dann in Schweden und zum Schluss in Deutschland Naja, an Geld wird es dem Hotelunternehmer sicherlich nicht mangeln Ob er auch die neuen Beißerchen seiner Liebsten bezahlt hat? Passend zur Hochzeit hat sich die 41-Jährige nämlich die Zähne perfektionieren lassen, wie sie zugab Ich habe mir von Promi-Zahn-Arzt Milan Michalides ganz weiße Veneres verpassen lassen Passend zum Hochzeitskleid wird dann bei mir alles ganz in weiß erst rein Dannotschaftsplan Exchange